Hier, passt mal auf, die teilen sich auf, vermutlich um ihre Kollegen zu suchen. SEF W3, der eine kommt direkt auf dich zu, schalte ihn also leise aus. Alles klar. Ja, SEF W1, du könntest dir vielleicht die zweite Weglaufende Wache vorknöpfen. SEF W1, bitte, was tust du? Naja, mich hat's hingelegt und ich will so Dreck essen. Verarsch mich nicht, jetzt schwing deinen Arsch hoch und mach deinen Job zu Ende. So, jetzt sag, wo ist der Sack, der mich finden will? Müsste 20 Meter in Richtung Turm sein. Warte, ich prüf nochmal. Ja, müssten so circa 20 Meter sein. Momentan steht er noch, aber passt trotzdem auf, dass er dich nicht sieht. Ja, jetzt seh ich ihn. Danke, dass du so für mich sorgst. Ja, immer natürlich. Ah ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer kommt her? Wer kommt her? Ja, ich wusste, dass ich schlecht bin. Aber so schlecht. Ich bin nicht da. Bäm, Junge. Ach komm, im Ernst. Sag mal, worauf haben wir denn eigentlich Sturmmasken auf? Wir killen sowieso alle, das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Check. IT gewartet. Ich hab deinen verloren, aber er dürfte kaum entfernt sein. Ach, na geil. Boss, ich hab einen. Na worauf wartest du denn? Drück ab. Alles klar. Ist das normal? Ja. Ja. Oh fuck. Leute, Nummer drei ist weg. Wir haben ihn verloren. Boss, er ist tot. Ja. Gute Arbeit. Geißeln können rein. Scheiße, meine Schuhe raus. Hast du nicht gehört? Die wollen uns hier rausholen. Die brauchen wir sowieso zu lange. Leute, zieht euch zurück. Befehl von oben. Das war bisher alles so einfach. Was machen wir jetzt? Den Job zu Ende? Aber wir sind nur noch zu zweit. Wie sollen wir das schaffen? Bei dem einen hat die Freundin gerufen. Und der andere... Ja, der andere hat uns Gras gebissen. Aber soll unser Freund jetzt umsonst gestorben sein oder was? Weißt du was? Ich beende das jetzt. Ich räche unseren Kumpel. Und was soll ich machen? Die alleine Deckung geben? Wie soll das funktionieren? IT, ich habe unser Problem gefunden. Okay, aber denk dran, in deiner Mini-Knarker hast du nur drei Schuss und einer davon ist jetzt schon weg. Ja, Vati. Scheiß drauf. Ah. 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 das habe ich mir jetzt aber verdient das habe ich mich an jemanden Als ob die Typen bei der Arbeit Musikhirn durften. Vollidioten. Oh! Hey! Hey! Sag mal, ist dir eigentlich kalt? Nee, Mann. Wer bist du eigentlich? Ja, das ist eigentlich egal. Jedenfalls wird dir gleich kalt werden. Hä? Wieso? Oh. Also von Arbeits zu Zivilen ist ja keine Rede. Sniper ist weg. Und ich muss sagen, die Typen sind nicht die hellsten. Wie Zivil? Na egal. Siehst du von der Umgebung mit anderen? Wartet kurz. Ähm. Ja. Es sind noch zwei und wie es scheint, ihr Boss. Schaffst du es den anderen nochmal auszuschalten? Ähm. Naja. Ich sag mal so. Wie wäre es gleich mit zwei? Nein. So. Jetzt ist nur noch etwas übrig. Wie es scheint, verzieht sich die Feige Sau aber gerade ins Haus. Da komme ich nicht hin. Das müsst ihr erledigen. Okay. Dann sind wir jetzt dran. Vier. Kannst du mal auf den Türrahmen schießen? Wir brauchen noch eine Ablenkung für ihn. Ja klar. Ich habe ja Munition für fünf Tage Dauerfeuer. He. Heb lieber etwas Munition auf. Du weißt, dass wir so wenig Geld dafür haben. Ja, Vati. Naja. Egal. Jetzt wird das mal gefeuert. Und was für dich? Dann sorge ich schon irgendwie dafür. Und gegen zwei kommst du eh nicht an. Erst mache ich die draußen halt. Danach könnt ihr wenig bisschen auflegen. Tja, wir gehen. Du glaubst... Keine Ahnung. Oh scheiße! Mann, das geht nochmal. Ah, nun gelaufen. Oh scheiße! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.